Weniger Gewicht, bessere Fahreigenschaften und erhöhter Pannenschutz. Die Vorteile von Tubeless liegen auf der Hand. Wir zeigen euch, wie man seinen Reifen Tubeless umrüstet. Bevor man sich unnötig viel Arbeit macht, ist es wichtig, dass man checkt, ob die eigenen Felgen überhaupt tubelessfähig sind. Tubelessfähige Felgen haben immer ein tiefes Felgenbett und ein erhöhtes Felgenhorn. Das dient dazu, dass der Reifen straff und dicht auf der Felge sitzt. Felgen, bei denen das Felgenbett auf einem Niveau verläuft, eignen sich meistens nicht zur Tubeless-Montage von Reifen. Um auf Tubeless umzurüsten, braucht man folgendes Material. Ein Tubeless-Ventil, einen Ventilschrauber, Dichtmilch, ein Felgenband, das die Felge abdichtet, einen Tubeless-Felgenreifen und ganz wichtig, eine Luftpumpe mit Druckreservoir oder einen Kompressor. Im ersten Schritt demontieren wir den Reifen und den Schlauch. Jetzt muss ich checken, ob in meinem Laufrad bereits ein tubelessfähiges Felgenband verbaut ist. Tubelessfähige Felgenbänder sind immer selbstklebend und dichten die Speichenlöcher der Felge ab. Bei den meisten neueren Laufrädern ist das bereits der Fall. Wenn ein Felgenband nicht fest mit der Felge verklebt ist oder aus einem gewebeartigen Stoff besteht, ist es nicht tubelessfähig. Bevor man ein neues Felgenband verklebt, ist es wichtig, dass die Felge sauber und trocken ist. Außerdem muss man darauf achten, dass das Felgenband genauso breit ist wie die Maulweite der Felge. In unserem Fall haben wir eine 25 mm Felge, brauchen also ein 25 mm breites Felgenband. Mit dem Kleben fangen wir immer direkt beim Ventil an, drücken das auf den ersten Zentimetern fest an. Dann ist es wichtig, dass man das Felgenband auf Zug in die Felge reinklebt, damit keine Falten oder Blasen entstehen. Und dann arbeitet man sich einfach Stück für Stück um das Laufrad herum. Wichtig ist, dass man das Felgenband über das Ventilloch drüber doppelt klebt, damit dieser Bereich später dicht wird. Wenn ich dann eine Lage Felgenband um die komplette Folge geklebt habe und das Ventil doppelt abgeklebt ist, kann ich das Felgenband abschneiden. Dann klebe ich das letzte Stück nochmal an und fahre einmal komplett mit dem Daumen um die Fölge, damit das Fölgenband sauber im Fölgenbett klebt. Anschließend durchstechen wir das Ventilloch mit einem kleinen Schraubenzieher. Anschließend können wir das Ventil einsetzen. Es gibt verschiedenste Tubeless-Ventile, manche haben einen länglichen Kopf. Wir empfehlen aber immer, welche mit einem runden Kopf zu kaufen, weil die passen in den allermeisten Fölgen. Wichtig ist, wenn man das Ventil einsetzt, dass man die Rändelschraube hier wirklich festzieht. Am besten man drückt oben das Ventil mit dem Daumen nochmal nach und zieht die Rändelschraube hier unten an, dass das Ventil fest mit der Fölge verschraubt ist. Nur so kann es später auch dicht sein. Obwohl das Ventil fest sitzen muss, reicht die Handkraft beim Anziehen der Rändelschraube. Finger weg von Kombizangen oder ähnlichen Hilfsmitteln beim Festziehen des Ventils. Damit wird das Ventil nur so fest, dass ich später im Fall eines Plattens nicht mehr aufkriege. Bevor wir einen Reifen montieren, müssen wir den Ventileinsatz aus dem Ventilschaft schrauben. Jetzt montieren wir den Reifen mit der ersten Flanke auf der Fölge. Dabei beachten wir die Laufrichtung des Reifens. Wer es besonders schön machen will, achtet auch noch darauf, dass das Reifenlogo genau über dem Ventilschaft ist. Dann schaut das vernünftig aus. Für die erste Flanke brauche ich in der Regel keinen Reifenheber. Das geht eigentlich immer mit der Hand. Die erste Reifenflanke muss auf alle Fälle über das Ventil gehoben werden, damit das Ventil später innerhalb des Reifens liegt. Beim Einfüllen der Dichtmilch gibt es zwei Versionen. Einmal kann ich die Dichtmilch jetzt hier unten reinkippen und den Reifen fertig montieren. Oder ich montiere den Reifen zuerst fertig und fülle die Dichtmilch dann mit einer Spritze über das Ventil ein. Für die erste Version kippe ich jetzt die Milch in den Reifen. Die Dichtmilch muss man vor dem Gebrauch nochmal gut durchschütteln. Die meisten Hersteller empfehlen, 60 ml Dichtmilch pro Reifen zu verwenden. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, gerade bei großen Mountainbike-Reifen mit 29er-Durchmesser fährt man mit 90 ml besser. Die Milliliter kontrolliere ich immer wieder hier an der Flasche. So. Damit man jetzt da keine Riesensauerei reinkriegt, ist es wichtig, dass man oben anfängt, den Reifen schon mal halb zu montieren. Und wenn der dann halb drauf ist, lasse ich die Milch in den Teil des Reifens fließen, der schon montiert ist, und montiere den Rest. Wenn der Reifen extrem streng auf die Völge geht, können wir den nun mal rundherum in das Völgenbett reindrücken. Und die letzten Millimeter mit der Hand montieren. Wer das mit der Hand nicht schafft, kann einfach einen Reifenheber zur Hilfe nehmen. Für die Version mit der Spritze ziehe ich zuerst die zweite Reifenflanke auf. Nachdem ich die Spritze mit der Milch aufgezogen habe, gieße ich die Milch über dem Ventilschaft einfach in den Reifen. Je nachdem wie groß die Spritze ist, brauche ich mehrere Spritzenfüllungen, um die 90 ml in den Reifen zu kriegen. Wie man die Dichtmilch in den Reifen bekommt, ist eigentlich egal. Die Version mit der Spritze macht in den meisten Fällen etwas weniger Dreck, ist aber dafür etwas aufwendiger. Um den Reifen aufzupumpen, brauche ich unbedingt Druckluft. Wer keinen Kompressor daheim hat, sollte sich eine Pumpe mit einem Luftdruckreservoir besorgen, um die Luft schlagartig in den Reifen zu bekommen. Ich habe jetzt 8 Bar in meinem Druckreservoir. Die Druckluft entlasse ich jetzt schlagartig in den Reifen. Durch die Druckluft hebt ihr den Reifen vom Völgenbett auf das Völgenhorn und er sitzt jetzt dicht auf der Völge. Wenn ich den Pumpenkopf jetzt vom Ventil abziehe, muss ich aufpassen, dass ihm nicht zu viel Luft aus den Reifen entweicht. Am besten, ich halte einfach gleich meinen Finger drauf auf das Ventil. Der dichtet das erstmal ab und schraube dann ganz schnell den Ventileinsatz wieder in den Ventilschraub. Den ziehe ich nochmal fest mit dem Ventildreher. Und pumpe anschließend den Reifen auf meinen gewünschten Luftdruck auf. Jetzt ist der Reifen dicht. Am besten, ich schüttel den nochmal ordentlich durch, damit sich die Dichtmelcher überall verteilt und wirklich jede Stelle abdichten kann. Wichtig ist, dass ich überprüfe, ob der Reifen überall gleichmäßig auf der Völge sitzt. Dazu gibt es diese Hilfslinie hier am Reifen. Wenn die überall den gleichen Abstand zur Völge hat, dann passt das. Alternativ kann ich den Reifen einfach drehen und schauen, ob er extrem achtet. Wenn das nicht der Fall ist, sitzt er überall gut in der Völge. Sollte der Reifen achtern oder die Hilfslinie an irgendeiner Stelle nicht zu sehen sein, muss ich nochmal mehr Druck auf den Reifen geben, um ihn wirklich aufs Felgenhorn springen zu lassen. Achtung, ich würde aber niemals über den empfohlenen Druck vom Hersteller aufpumpen. Unser Reifen ist jetzt montiert und dicht. Wir können damit jetzt loslegen. Was man bei Tubeless-Systemen beachten muss, ist, dass man die Milch ungefähr alle sechs Monate erneuern sollte. Die trocknet nämlich aus. Außerdem kann ich als Tipp mitgeben, dass man immer ein Tubeless-Flicken auf Natur mitführt. Damit lässt sich nämlich eine eventuelle Panne schnell beheben. Outro Untertitelung des ZDF, 2020